Amberg, habt ihr euch ein bisschen erholt? Dann würde ich sagen, wir legen jetzt wieder richtig los. Und ich freue mich nun sehr, dass wir hier in Amberg unsere absolute Kult-Sängerin Nummer 1 begrüßen dürfen. Diese Frau, die ist einfach unglaublich. Für sie hat beim Schlagerbub 2019 so eine ganz neue Zeit begonnen. Mit ganz neuen Hits unter dem Motto Rosenberg singt wieder Rosenberg. Und 50 Jahre nach ihrem ersten großen Hit hat sie es damit dann mit ihrem Album wieder auf Platz 1 in den Albumschatz geschafft. Sie singt wieder wie kein anderer. Denn diese Frau ist einfach unverkennbar. Ich freue mich sehr, dass sie heute mit uns das große Schlagerfest XXL im Bamberg feiert. Meine Damen und Herren, Marianne Rosenberg! Werden wir uns wieder sehen? Bitte sag mir! Wann wird unser Traum endlich in Erfüllung gehen? Bitte sag mir, ich warte schon ein Leben lang auf diesen einen Moment. Auf einmal öffnet sich die Tür und auf dir steht Mr. Kunde Prozent. Baby, wann werden wir uns wiedersehen? Du, dich, tag mir wahr. Wann, Baby, oh wann? Du bist wichtig, ich bin ich, auf der Schüttel leben ich. Wann, wenn ich jetzt nicht passiere, es gibt nichts zu verlieren, es ist vorbei, wir wollen wir uns wiedersehen. Wann, Baby, oh wann? Werden wir uns wiedersehen? Bitte sag mir, wann wird unser Traum endlich in Erfüllung gehen? Bitte sag mir, Ich warte schon ein Leben lang auf diesen einen Moment. Auf einmal öffnet sich die Tür und von mir steht Mr. Kunde Prozent. Baby, wann werden wir uns wiedersehen? Du und ich, sag mir wahr. Sag mir wahr. Ich warte schon ein Leben lang. Ich warte schon ein Leben lang. Ich warte schon ein Leben lang. Danke schön. Und die Labe ist ein Wandel. So kannst du nicht gehen. Oh, Baby. Bitte geh nicht fort, auf diese Art. Oh, Baby, so kannst du nicht gehen. Nein. Ich brenn für dich und du für mich. Du fühlst wie ich. Du kannst du nicht gehen. Oh, Baby. Ich schatze an die Wand, nichts ist so wie du Ich komm nicht von mir los, egal was ich tu Das, was du mit mir hast, kann dein anderer Mann Ich sterbe, wenn ich dich nicht mehr haben kann Ich kann nicht existieren ohne dich Du hast die Blut entfernt, warum schalt für mich? So kannst du nicht gehen So kannst du nicht gehen Baby, ich schatze an die Wand, nichts ist so wie du Ich komm nicht von mir los, egal was ich tu Das, was du mit mir hast, kann dein anderer Mann Ich sterbe, wenn ich dich nicht mehr haben kann Ich kenn nicht existieren ohne dich Du hast die Blut entfernt, warum schalt für mich? Ich sterbe, wenn ich dich Meine Damen und Herren, live hier bei uns im Banker Die wunderbare Mariana Rosenberg Meine Damen und Herren, der wunderbare Show von Florian Silbereisen Ich danke dir, Mariana Eine große Freude und Ehre, dass du bei uns bist Mariana, ich hab's vorhin gerade angesprochen 50 Jahre nach deinem ersten großen